Oh, halb benutzter Tampon. Oh nein, schön. Wow, sie tunnelt einfach. Wer tut das heute, wer tut das mittlerweile nicht? Ich. Also ich sehe, dass es wirklich ein Assi-Gameplay ist von der Survivor. Dann ist es mir Wumpe. Tunnel ich und mach nach System weg. Ich bin am Generator am kleinen Boot. Okay. Also ich habe keinen Borrowtime mehr. Ich habe es noch. Ich habe noch versucht abzulenken, aber... No way. Ich will unbedingt die Loreals haben. Ich will unbedingt die Loreals haben. Ich will unbedingt die Loreals haben. Dabei hätte sie mir nur noch einen Schlag verpassen müssen. Ja. Alles klar. Hätte ich mir fast denken können, dass sie da hinten rum schwirrt. Ein Schlag hat die Mino verpassen muss, da hätte ich gelegen. Na, sie wollte die Rory. Ah, hing ja schon zweimal, ne? Ja. Jetzt tut es mir schon wieder leid. Warum schlust du auch sowas, John? Weil Baum. Ich bin eigentlich da einfach nur random lang gelaufen. Kann ich ja nichts höher als der Lory mehr entgegen. Ich glaube, ich habe ein brennendes Totem. Ne, war noch eine Lampe. Äh, eine Lampe. Ach, ganz schön. Und wo? Ich benutze Tampon oben auf dem Ding. Weiß sie. Sie rennt wieder auf den Berg. Jo. Ach so, du. Ich bin da auch noch. Ich bin nur so frei und mach den Junk fertig. Mhm. Ich helfe. Hallo. Hallischen. Die sucht mich, beziehungsweise hat mich gleich. Jo. Das wäre ein Totem. Wow. Durchs Fenster natürlich. Ich hatte heute mal wieder den Dice dabei. Als Killer. Und was hatte er dabei? Nö. Lässt mich aber erstmal noch liegen anscheinend. Sucht gerade glaube ich einen Haken. Geh ich mal in die Ecke. Vielleicht hab ich ja die Chance mich los zu wigglen. Jetzt hebt sie mich auf. Ach. Die Nurse hat jetzt auch so ein chinesisches Zeichen am Rücken. Interessant. Ich komm aufs, äh, oben auf den, da wo John ist. Mhm. Aufs Pier oder was? Jo. Ja. Ja, so ein Block wäre nice gewesen. Dann hätte ich mich gar nicht erst anhaken gekriegt. Kann ich ja nicht wissen. Musst du früher ansagen. Ja. Ja, ich geh davon aus, wenn du da oben sowieso stehst. Also ich hätte geblockt. Nur mal so nebenbei. Okay. Noch bei dir? Ja, ja, die... Die faked an hier, die, äh... Naja, jetzt hat man sie. Ich nehm sie mit. Hat sich verportet, wird jetzt sowieso zurückkommen. Mhm. Die hatte ich gesehen. Jo. Ja, und daneben geschlagen. Ich heile mich schnell, dann komm ich. Jo. Entschuldies. Äh, sie sieht dich heilen. Okay. Gut. Ist hier der Keller drin? Nein, hier ist kein Keller. Sie kommt zurück. Sie kommt zurück. Okay. Die hat sogar drei Skins bekommen, okay. Bleib liegen. Die wurden mir komischerweise nicht angezeigt. Hier ist die Hedge. Muss ich gleich mal gucken. Ja. Muss ich nach der Runde mal gucken. Sie kommt. Ja. Ja. Wow, wie sie instant auf dich geht. Ich bleib noch extra stehen, ne? Ja. Tudeln und so, ne? Mhm. Ich glaub, sie will mich aber als Weltverwenden. Ja, ja. Ist durchaus möglich. Ich bin so weit wie möglich recovered. Versuch mal ein bisschen. Aber sie kommt voll wieder. Ich mach mal Lärm. Ich mach mal auf dem Boot Lärm. Ne, sie hebt mich nicht auf. Sie läuft die ganze Zeit um mich rum und sie sieht auch die Hedge. Jetzt hebt sie mich. Ich bin oben auf dem großen Boot. Du hinkst einmal schon, ne? Ich hing schon einmal, ja. Ups. Sie geht links von mir weg. Ja, ich hab geknallt. Mal gucken, ob sie herkommt. Ob sie sich traut. Wahrscheinlich nicht, weil ich hier den Gen normal... Keinen Hardbeat mehr? Ja, ja. Bei mir. Hat mich auch gesehen. Wow. Oh, ich häng zum ersten Mal, sehe ich. Ja, ahhh, shit. Alles klar. Sie hat mich halt gesehen, ey. Wie auch immer das möglich war jetzt. Gut, dann mach ich Fluchtversuch. Ich mach das. Und schaff es. Was zur fucking Hölle war das denn? Ich hab doch die Palette gezogen, aber die ist nicht runtergegangen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Sie kommt in deine Richtung, na? In meine? Jo. Ja. So, ich recover auch mal. Was zur Hölle war das denn? Die hätte normalerweise halt die Palette runtergehen müssen. What? Normalerweise, ja. Dann ist sie verpackt, die Palette. Äh, sie hat dich nicht mehr, sie hat dich nicht mehr im Blick. Okay. Soll ich heilen, oder soll ich erst mal zu euch kommen? Sie kommt jetzt, sie ist bei uns, heil dich. Gott. Sobald sie weg ist, sag ich dir Bescheid. Ich seh sie noch, sie ist jetzt oben auf dem, äh, Dings. Ja. So. Fertig? Sehr nice, sehr nice. Ich tippe mal, dass sie Deerstalker drin hat. Ich denke ich auch. Naja, klar. Natürlich hat sie Deerstalker drin, was auch sonst. So, wen hebt sie auf? Mich. Redi. Goldsch. Alter, die hat aber ein komisches Gesicht gekriegt, ne? Erst Grobhammer, äh, erst Grob, dich heilen Grobhammer, oder erst Tridi retten? Sie kommt in deine Richtung, sie kommt instant in deine Richtung. Redi. Sie guckt erst mal rum. Sie geht wieder zurück zu Tridi. Mhm. Ja, stimmt. Ja, dann hebe ihn auf, schnell. Und dann weg mit euch beiden. Sie kommt zu mir. Ah, ich seh's gerade. Ich seh's gerade. Ja, lässt sich aber auch nicht aus den Augen gehen. Sie ist gerade bei mir. Geht jetzt wieder zurück zu Grobhammer. Full recovered? Ja, ja. Was denn sonst? Nicht schön. Jetzt kommt sie langsam wieder zurück zu mir. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt sie wieder zurück. Kurz antippen und weg. Sie nebbelig. Ja, ja. Wie sie mir hinterher flitzt. Komm Tridi. Da ist nix mehr zum kommen. Da ist nix mehr zum kommen. Leben ist irgendwann Feierabend. Aber da war die eine Palette verpackt dahin. Normalerweise hätte die Palette vor die Fresse kriegen müssen. Jo. Ich seh mir halt immer noch hinterher flitzt. Versuchst du mal zu ärgern? Du könntest doch versuchen den Gen fertig zu machen, damit ihr beide vielleicht rauskommt. Jetzt muss ich wecken. Geht da, Hedge. Geht. Nein, sie kommt direkt in deine Richtung. Ja, ja. War klar. Okay, doch nicht. Sie ist immer noch bei mir in der Nähe. So, Arius heißt derjenige, der hat Whispers, Deerstalker 2, Ruf an der Krankenschwester 2 und Schattengeborener 3. Äh, Quatsch. Ruf an der Krankenschwester 3 war's. Ja, sie guckt, sie guckt nach Copamer. Macht jetzt den Gen hier. So, dann guck mal nochmal. Sie wird die ganze Zeit wahrscheinlich bei dir in der Nähe bleiben und ich halt Spide bin. Jaja, wo war nochmal die Hedge? Beim Scheißrausen. Ah, okay, dann muss ich von dort weg. Naja, wenn sie mich eh noch ein bisschen liegen lässt, dann bin ich ausgeblutet. Jo. Ich krabbel so weit wie möglich weg. Dieses Dauerabwarten ist, äh, das finde ich ganz ehrlich gesagt als Killer ziemlich nervig. Mhm. Deswegen das, das was die jetzt hier macht, das mache ich eigentlich nie. Ne, ich lass mal den, den vorletzten hin, okay, kann mal vorkommen, dass ich ihn liegen lasse. Aber... Dann gehe ich auf die Suche nach dem anderen. Ich finde das Sluggen sehr anstrengend. Ja, isses auch. Äh... Du solltest schon mal Richtung Lupe gehen. Mhm. Ja. Mach das. Sie hebt mich nämlich auf und hier ist ein Haken. Jo. Wie oft hinkst du schon? Äh, noch gar nicht. Okay. Das heißt, wenn alles klappen sollte, dann könnte ich die vielleicht sogar ziehen. Weil Borrowtime hab ich noch. Okay. Ja dann. Sie geht auf... Oh, sie geht oben. Genau. Okay, ich halte mich dann mal raus, aber euch bei ihnen. Mhm. Ach, sie hat noch eine Palette gemacht. Ah, ne. Palette war das nur. Sie kommt in meine Richtung. Ja, ja, sie wird aber bei mir hier umcampen. Wenn's von ausgehen. Juh, im großen Stil. Mhm. Hab ich heute aber auch gemacht. Sie hab ich gesehen. Fuck. Ähm. Zwei Survivor. So dreist waren. Nö. So. Das musst du nur noch umbeschadet zum Haken kommen jetzt. Und da war's. Das war knapp. Ich bin zufrieden, oder? Ich bin zufrieden, oder? Rätselt es aber mich! Ja. Ich muss erst mal blitzen, 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 blitzen. Boah, Time backhallen. Ah, jetzt hat sie mich. Jetzt wird sie mich sluggen. Mhm. Ich liege aber nicht am Scheißhaus, das ist schon mal gut. Sie ist nicht bei mir. Nö, sie ist bei mir. Scheißner, das ist calling. Die Frage für mich ist, jetzt sollte ich erst mal liegen bleiben, oder soll ich versuchen in Richtung scheiß auszukommen? Entweder erwischt sie dich jetzt, oder sie kommt zu mir zurück. Mhm. Ja, ich hab noch kein Heartbeat. Witzig ist, sie ist auch nicht bei mir. Wow. Jetzt kommt sie wieder. Hebt sie dich auf? Noch nicht. Ich hab noch grad Heartbeat. Mhm. Wie sie so oft aufs Boot geht, aller. Ja. Ja. Auch unnormal. Guck mal Richtung scheiße aus. Mhm. 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 Die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Sie ist grad nett, aber... Sie ist aufm Hügel. Na dann. Sie kommt zu dir, ich denk mal sie wird dich aufhängen, oder? Na? Schnückelschin. Ja. Wo war die Hedge? Beim Scheißhaus. Ja, beim Scheißhaus. Ah, da hinten. Ich werde mich nicht mehr als kann. Ich werde jetzt nicht kämpfen, ich werde mich direkt sterben lassen. Nein, ich sitze schon auf der Hedge. Gut.